Mitternacht! ... ob ich überhaupt gewählt wurde. Wir bleiben einfach mal geschmeidig auf der Straße. Weil wir wollen ja nicht vom rechten Weg abkommen. ... bis zum Schild Megaton. Da gehen wir mal da lang. Also das ist wirklich böse Land da hier. Da kreisen die Vögel. Megaton. Ah ja, und da haben wir doch schon die erste Leben. Oh Gott sei Dank. Jemand Neues. Ich brauche Wasser. Bitte. Wasser. Warum gehst du nicht einfach rein? Was ist das für ein Ort? Eine Art Stadt? Das ist Megaton. Was ist los mit ihnen? Haben sie in einem Loch gelebt oder was? Megaton kennt doch jeder. Die haben genug Wasser da drin, aber sie geben es nur den Ansässigen oder den Leuten, die dafür bezahlen können. Ich trinke die ganze Zeit schon diese verstrahlte Scheiße. Ich kann nicht mehr. Ich muss sofort kotzen. Ich brauche aufbereitetes Wasser. Bitte! 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 Wenn sie was davon finden. Bitte! Ja okay. Wenn ich was davon finde, dann stecken wir die Waffe weg, dass wir nicht so feindselig aussieht. Willkommen in Megaton. Die Bock. Ich wünsche Ihnen einen, ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt. Immer hereinspazieren. Einen angenehmen Aufenthalt. Aber das wackelt alles hier. Durstlich? Gehen Sie zu Preatis. So, dann mit dem Megaton. Ich will sein. Noch ein Neuling. Sheriff. Mein Name ist Lucas Sims. Bin der Sheriff der Stadt. Und Bürgermeister, wenn man mich braucht. Ich weiß nicht warum, aber ich mag Sie. Irgendwas sagt mir, dass Sie okay sind. Willkommen in Megaton. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie was brauchen. Das ist eine schöne Stadt, Sheriff. Freut mich, Sie kennenzulernen. Irgendwie über Sheriff sollten wir immer freundlich sein. Sie sind freundlich und haben Manieren. Wir werden gut miteinander klarkommen. Sie behandeln die Leute gut und dürfen bleiben, solange Sie wollen. Freut mich, dass wir uns verstehen. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich suche mal einen Vater. Er ist in den besten Jahren. Haben Sie ihn gesehen? Ich habe nichts gesehen. Ich muss hier so viele Brände löschen, dass ich mir nicht jeden Besucher merken kann. Ich würde mich mal in der Stadt umhören. Wegbescheidung für die Stadt. Reden wir über die Bombe. Es heißt nicht umsonst Ödland. Aber es gibt überall Siedlungen. Die Menschen sind eben dickköpfig. Im Südosten liegt River City. Aber vergessen Sie D.C. Das ist Kriegsgebiet. D.C. Mhm. Ich muss gehen. Lassen Sie sich nicht aufhalten. Langes Geschwafel. Äh. What? Saloon. Ah, das ist wieder a la Elder Scrolls Manier. Schön hübsch Schilder aufgestellt. Wo überall draufsteht. Luxury Apt. Kommons. Klinik. Sheriff. Saloon. Willkommen. Willkommen. Umm. Tja mal wir gehen mal in diese Richtung. Schauen wir mal, wo es treiben kann. Hier ist zu. Art. Was? Was? Ah, Lucas Simms Haus. Nee, einbrechen und so wollen wir erst mal noch nicht. Saloon Subvious Restrooms. Sieht alles richtig schön schrottig aus. Pfuh. Clinic? Ich geh dann doch wieder schnell nach unten. Mal gucken, was uns dort so erwartet. Das sieht dann auch aus. Food? Ja, nach einem Laden. Ja. Klinik, da werden wir wahrscheinlich Medizin und sowas kriegen. Vielleicht wären wir da ein bisschen unsere bisher erbeuteten Abseligkeiten los. Sie haben hier eine Rami. Ey, das sind ja zwei Köpfe. Warte, du machen sollst du noch mal. Wollen Sie handeln? Schauen Sie mal im Craterside-Lager vorbei. Craterside-Lager. Aha. Lasset die, die in seinem liebsten Land leben, jetzt die Worte des Propheten des Atoms vernehmen. Ey, katsch mal wieder. Wollen wir erst dahinter kommen. Ich weiß, dass ich Sie noch nie in Megaton gesehen habe. Lassen Sie mich raten. Nur auf der Durchreise, oder? Hier versuchen ja ständig Leute, sich niederzulassen. Egal. Wenn Sie Hunger haben, sind Sie hier genau richtig. Was darf sein? Ich suche meinen Vater. Er ist im besten Alter. Blablabla. Oh Mann. Sie suchen nach Ihrem Vater? Das ist ja süß. Ist er abgehauen, als Sie noch ein Kind waren, oder so? Unsere Eltern sind gestorben, als wir Kinder waren. Mein Bruder Leo ist der Älteste. Er hat meinen Bruder Andy und mich aufgezogen. War hart für ihn. Aber das wollten Sie sicher nicht hören. Tut mir leid, aber ich habe Ihren Vater nicht gesehen. Er hat nicht in der Lantern gegessen. Das wüsste ich. Okay. Was sag ich mal? Hier. Sehen Sie mal. Fall Obst. Fall Obst. Fall Obst. Ne. Fall Obst. Ach, keine Ahnung. Pramin Steak. Äh, zweiköpfiges Steak. Blablabla. TP plus 5. TP plus 5. Schmutziges Wasser. Kann ich das eigentlich auch verkaufen? Oh, das kann ich hier sogar verkaufen. Alter, das... Ey, das ist fast das Doppelte, was es hier aber, ey. Guckt euch das mal an, hier. Das ist der Zustand. Und wie die Preise dafür variieren. Munition behalte ich am Mann. Baseball. Guck mal verscherbeln. Getönte Lesebrille. Guck mal auch verscherbeln. Haarklammern lassen wir da. Luftgewehr. Guck weg damit. Wie viele? Alle. Okay. Polizeiknüppel haben wir sieben Stück. Auch die können wir alle verkaufen, denke ich mal. Tunnelsternack-Outfit behalten wir. Den blöden Overhaul, den können wir verkaufen. Okay. Ah, gut. World-Labor-Uniform. Wir bekommen auch Vorkriegsgeld. Wir kaufen auch. Können wir nicht verkaufen. Äh, doch. Äh. Ja, okay. So, dann haben wir jetzt 129 Kronkurken verdient. Achso, mehr hat die gar nicht. Dann müssen wir uns wieder ein bisschen was zurückholen. Dann müssen wir uns wieder ein bisschen was zurückholen. Weil irgendwie haben wir da wahrscheinlich mehr gegeben. Als sie sich leisten kann. Okay, nee. Die Pistole, die... Luftgewehr. Ach, ich dachte, wir würden zu viel zurückgenommen. Oh, meine. 39. Also können wir jetzt schon noch ein bisschen was... Äh. Hm, 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 hm. Luftgewehr-Tumor rüber. Munition-Tumor rüber. Ähm. Schönen Overhaul. Den auch rüber. Den auch. Uniform. Vorkriegsgeld. Oh. Jetzt haut das hin. Alles das Blödsinn, wenn wir da so viel geben und die gar nicht genug Geld hat. Das ist wieder ein älter Sklo als bei mir. Haben auch die Bewohner. Viel Spaß. Jo. Was gibt's noch nicht? Hab nicht viel gehört. Ehrlich gesagt, verlasse ich die Lantern nur selten. Zu viel Arbeit. Und der Tag hat zu wenig Stunden. Verstehen Sie? Ja. Das kenne ich. Ja, geht. Ich bin hier, nur für den Fall. Okay, jetzt haben wir erst mal selbst ein paar... Kronkorgen verdient. Sie soll als Erinnerung an die vergangenen Spaltungen und an das prächtige Versprechen der bevorstehenden Spaltung dienen. Schenkt dem Atom eure Körper, meine Freunde. Gebt euch seiner Macht hin. Fühlt seinen Glanz. Und lasset euch teilen. Also steigt der rote Balk da. Es wird keine Tränen, keine Sorgen und kein Leid mehr geben. Also müssen wir uns auch vorsehen, was wir essen und so. Hier? Äh. Ja. Seide hoch. Mr. Birks Haus. Mr. Birks Haus. Wir steigen mal hier die Treppe hoch. Haus der Gemeinschaft. Dann gehen wir mal rein. Ganz schön neblig hier. Hallo? Da schläft einer. Äh, Megatron.